Musik Auch in den Wohnungen oder so hier in der Stadt, zwischen den Gebäuden, es gibt ja nirgendwo mehr Frischluft und da muss man schon sagen, das ist sicher heftig. Wenn es jetzt immer im Sommer so ist, weiß ich auch nicht. Aber man muss ja nicht gerade um Mittagszeit draußen sein, denke ich mal. Beschützt sein ist besser. Im Schatten sitzen, mal kurz eine Pause einlegen, ansonsten gar nicht drüber nachdenken und das Wetter genießen, so gut es geht.